Norbert, 48 Jahre, jung, Single und erfolglos, aber das stört ihn wirklich nicht. Oder Norbert? Nein, so ist er halt, unser Norbert. Norbert M. aus U. wohnt mittlerweile in E. und ist gerade auf dem Weg zu seiner Arbeit. Schon seit über zwei Wochen betreibt er ein Laden, mitten im Ruhrgebiet. Von Getränken über Zeitschriften bis hin zur Designerbekleidung bietet er für den Durchschnittsdeutschen alles an. Täglich geöffnet, doch dennoch läuft die Boutique nicht so wie gewünscht. Norbert versucht alles, doch die Kunden bleiben aus. Voller Motivation verwirklichte er sich seinen Kindheitstraum, doch nun ist Norbert völlig geknickt und enttäuscht. Er versteht nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, woran das liegt, ne? Norbert legt viel Wert auf Kundenfreundlichkeit. Ganz unter dem Motto, Kunde ist König. Wie kein Interesse, wieder! Plakate, Anzeigen und Flyer. Norbert investiert den größten Teil seines Einkommens in Werbung. Der Andrang bleibt allerdings aus. Doch Norbert hat bereits einen Plan. Ich hab bereits einen Plan. Das wird funktionieren. Bereits zwei Monate nach der Umsetzung der grandiosen Geschäftsidee von Norbert M. aus E. läuft das Geschäft endlich so, wie er sich das immer erträumt hat. Ein Euro, alles ein Euro hier. Ein Euro, alles ein Euro hier. Kommen Sie, staunen Sie und kaufen Sie. Alles ein Euro hier. Kommen Sie, staunen Sie und kaufen Sie und nutzen Sie. Das ist ein Euro, alles ein Euro hier. Vielen Dank.